Ich habe keine Sorgen um dich. Komm doch wieder zurück. Ach Mama, komm doch her. Dann könntest du mich noch ein letztes Mal sehen. Denn ich werde da noch eine Überraschung für dich. Komm doch wieder zurück. Sorge sie. Ich kann nicht. Ich habe keine Zeit. Ja, ich habe ein Apfelkuchen gewachsen. Mama, bitte. Die Sandruhe, sie läuft. Dorothy, deine Mama kann dir jetzt auch nicht mehr weiterhelfen. Vielleicht fände ich dir ja, wenn du mir die roten Schuhe gibst. Ich helfe dir und verkürze deine Kraft. Niemals. Ich helfe dir. Silly! Dorothy? Bronco! Dorothy? Wer wird mich los und hat nichts? Wie will ich hier? Aber warum denn nicht? Wenn ihr jetzt auf meiner Part, Sie seid, das hier ist eine Energieumwandlungsmaschine und wird dein Blut und das deiner Freund dunkle Energieumwandeln. Das ist schwer zu verstehen. Ich wiederhole es für dich in einfacher Sprache. Mein Haus ist ein lebendes, dreidimensionales Bühnenbild. Perfekt! Inszenierte Vision! Ah!